Die Fertigkeit, Professionalität, Technologie und Tippfähigkeit der italienischen Streitkräfte zu repräsentieren, während gleichzeitig die Marke Made in Italy weltweit exportiert wird. Die Fertigkeit, Professionalität, Technologie und Tippfähigkeit der italienischen Streitkräfte Die Fertigkeit, Professionalität, Technologie und Tippfähigkeit der italienischen Streitkräfte Die Fertigkeit, Professionalität, Technologie und Tippfähigkeit der italienischen Streitkräfte Die Fertigkeit, Professionalität, Technologie und Tippfähigkeit der italienischen Streitkräfte Die Fertigkeit, Professionalität, Technologie und Tippfähigkeit der italienischen Streitkräfte Die Fertigkeit, Professionalität, Technologie und Tippfähigkeit der italienischen Streitkräfte An den Flügenspitzen von Bolli neun Flirka war nie 1. Messerflüge Wir sind hier auf einem der folgenden 90 Grad Rollen um die Längsachse präsentiert als die spektakuläre Viertel. Der Soloverlast, um zu reflektieren, wird der Aufformation direkt von uns. Der Soloverlast, um zu reflektieren, wird der Aufformation direkt von uns. Der Soloverlast, um zu reflektieren, wird der Aufwärmung. Der Soloverlast, um zu reflektieren, wird der Aufwärmung. Der Soloverlast, um zu reflektieren, wird der Aufwärmung. Die Abwärmung wird der Solomöchner gegen die Städte und die Städte schützen. Die Städte, um zu reflektieren, wird der Aufwärме. Die Städte sind einzusdı依lautig. Die Städte sind sehr gut, aber dank der Fläche zugel existence. Die Städte sind sehr gut, aber es gibt an die Städte und die Städte. Der Soloverlast, um in der Fläche zu steigern, ist die Städte und die Städte. Und wieder von links kommt, das kann man auch wieder. Mit weißem Rauch rollen beiden symmetrisch in der Strecke. Glück, Regelung, Steuerknüppel und Rüderpedale, um die Maschine perfekt auf einer Höhe zu halten. Von links kommen wir versogen in der schweinen Form von einem weiterer Pass. Von links kommen wir versogen in der schweinen Form von einem weiterer Pass. Die steigenden Teilen müssen ausfragen, die dieses Mal immer gleich ist. Die Sonne soll rechts sich größer und ihre Achse als Wehr sind ein Heinz. Schauen wir mal wieder die Stimmen von Liedermäjoch, Stefano Di. Das ist ordentlich. Ja. Wie war das? Lassen Sie ihn gemeinsam zu unserer kleinen Flugschule gemeinsam mit der Solisten zurücktreten. Er kommt von rechts und wird uns ein sogenanntes Baselmanöver der Flugflug zeigen. Mit dem Landenkonfiguration hat er keine Sorge, er hat keinen Anschluss zu landen. Das ist eine Fassrolle. Eure Flüge. Die Flüge. Und deshalb verspossen Sie nicht die Geringheit der Flüge. Auch die Flüge. Nein, mehr Flüge. Man kann es nicht auf den Flüge. Es geht um das Verspiel. Die Flüge. Und das ist die Flüge. Und das ist die Flüge. Und das ist die Flüge. Dann stellen Sie eine Möglichkeit in der technischen Raffine-Show der Manöver, bei welcher wir stolz die längste italienische Flagge der Welt. In der Himmel sprüchen untermalt von den Klängen von Laturando von Puccini, dargebracht mit der unvergessenen Stimme von Maestro Luciano Pavarotti. Musiker! Der Flüge, die Flüge der Frecce Tricolorikonen auch im Wettbeider weltvoll werden, folgen Sie. Unserem Team auf Twitter mit dem offiziellen Account der italienischen Luftwaffe und Frecce Tricolori. Besuchen Sie unseren Kanal auf YouTube, Facebook oder Instagram und besuchen Sie uns wieder in Italien oder im Ausland um die 59. Kunstflugsaison teilzunehmen. Das war es nun von unserer Seite für heute. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und sagen Ciao, Grazie! Riccardo Ciappolini! Mille Grazie! Danke für Sie! Danke! Danke! Perfect gesture by the way! I love your style! I'm a big fan! I have to say! Frecce Tricolori! Hier über dem Himmel zähltwegs und da sieht man die Vorteile dieser Wetterlage. Die größte italienische Flagge schwebt noch immer, zumindest in Partikel hier oberhalb. Auf der Wettbewerb ist eine sehr laufige Fläche, wir sind in der Autonislauf und zwar im Fuß, da haben wir so eine sehr laufige Fahrzeuge, die ist heute schon bei der RKM eingestellt. Ja, wir haben heute ja bei der RKM, dass wir heute schon mal die Fahrzeuge gehen können. Das hier sind wir schon sehr gerne dabei, bis jetzt morgen, das ist aber gut. Ich will ja, wir sind gerade noch ein paar Minuten, und da ist wieder bald, dass wir jetzt ein bisschen mitkommen. Ich will sehen, dass wir heute noch ein paar Minuten.